hallo zum zweiten teil von halloween von raffini kinder event auch die maria die vier jahre als eine unverkennbare hexe jetzt redet ganz kurz der vampir denn der ist ja hier auf der becker lüchstmann getreue assistent oder assistentin folgendes die muffins haben ja vorhin schon gemacht jetzt machen wir ganz klassische amerikanische cookies so was brauchen wir für cookies wir brauchen einmal mehr dann haben wir ja block schokolade kuwaitüre dann haben wir 200 gramm im richtigen fall sollte man gehackte nehmen wir haben vorhin nur spaß gemacht das ist kein gift vanille aroma halbes fläschchen zucker brauner zucker butter oder margarine backpulver natürlich mixgerät beziehungsweise achtung es ist warm leute wir machen nämlich mumien cookies und das heißt wir machen schöne dunkle cookies die kriegen dann als augen smarties und nein die werden eingepackt denn wir wissen ja alle mumien haben sind bandagiert sind ja vermummt und dafür habe ich ganz klassische muhlbinden geholt die werde ich noch zurecht schneiden und dann werden die kekse nachdem sie abgekühlt sind einfach verpackt also wir fangen jetzt mal an ach so und noch eins ofen 175 grad ober und unterhitze dir läuft schon meine also dann fangen wir mal an naja jetzt darfst du mal das mehl nehmen und in die große schüssel rein so das müssen wir verwirren jetzt alles rein ja kriege ich die leere schüssel dankeschön dann schütte das packchen rein alles rein und auch sofort rein mit den fingern ja gut genau so das müssen wir verwirren jetzt da haben wir doch etwas ein kühl so verrühren schön einmal fest doch so genau guck mal wie toll du das kannst ich darf mir doch jetzt Zeit legen kann ich so stopp leg rein ja ja das macht man generell so mehl und backpfeffer vermischen dass es auch ja gut verteilt ist jetzt nehmen wir eine sehr große gelbe schüssel da nehmen da schütten wir jetzt was rein den weißen zucker zack den braunen zucker ja ja danke ich weiß nicht mal gucken wie vielleicht hexenblut schmeckt dann nehmen wir noch die butter die die zauberbutter zauber ja und das müssen wir jetzt erst einmal cremig schlagen das heißt deine lieblingsbeschäftigung schüssel festheben und dann kannst du niederlässt da du wirst noch starke unterarme bekommen wie der papa willst du mal die kamera zeigen was für starke unterarme du hast jetzt soll wir das beide machen komm guck mal alles was sie mal für große arme hat moment moment mit dem papa zusammen soll ich auch machen heute ist bei drei auf jeden fall hier ein mann so schüssel festheben schüssel oder du machst das eins zwei wenn wir das gemacht haben machen wir eine halbe flasche das gift rein das vanille butter butter vanille aromagift zappi zappi und die hälfte gucken wir noch ein bisserl noch ein bisserl ja die hälfte ist hammer das das gift und die eier eins ich guck mal hoch so und dann so gut und du magst auch eins machen mit einer Hand nicht so immer so an fester ja und jetzt genau guck jetzt hast du ein gutes Loch gemacht sehr gut du alte Hexe zauber 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 alles ist zauber ja und das stückische schale auch zauber 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 Es gibt nichts besseres, wie Rohrenteig zu testen. Und diesen Teig werden wir jetzt auf dem Backblasch mit einem Esslöffel verteilen. Und werden den sogar nur ca. 12 Minuten, also bis sie halt groß sind, backen. Und ich bin noch immer viel online. Yes, das gibt unser Insider. So, wo machen wir einen Esslöffel? Ja, wir brauchen einen Eindruck. Moment. Ist das Kamera meine ich? Wo ist die Kamera meine? Was mir auffällt ist, der Teig ist sehr trocken. Wenn eine Nuose flüssiger wäre, wäre es wahrscheinlich auch einfacher. Aber wir gucken mal. Das Rezept stelle ich euch in den Blog, wie auch das vorherige Rezept mit den Muffits. Und so sieht es aus. Riesengroße, tolle Kekse. Man hätte es auch kleiner machen können, keine Frage. Ich habe aber sogar noch Teig. Es wird noch ein zweites Tisch folgen. Und die kriegen dann ihre Augen und werden bandagiert. Wird bestimmt lustig aussehen und super lecker sein. Hey, das sind die Cookies, die wir gemacht haben. Ich habe es dann etwas groß gemacht. Aber schmecken tun sich auf einen probiert. Und wir basteln daraus unsere Mumien. Im Grunde ganz einfach. Ein bisschen Icing. Smarty drauf. Pupille wieder. Entschuldigung, so ihr seht jetzt. Und dann einfach die im Vorfeld zurecht geschnittenen Bandagen drauf. Und fertig. Ich mache jetzt nochmal mit dem Icing die Tupferchen, worauf ich dann die Smarties kleben werde. Dass die überhaupt fixieren. Da braucht man auch nicht so viel. Dann nehme ich zwei Smarties der selben Farbe. Man kann es auch anders machen. Ich bin da halt ein bisschen korrekt. Verklemmt, keine Ahnung. Dann kommen ihre Pupillen drauf. Die Pupille sieht nicht so schön aus. Die Pupille sieht nicht so schön aus. So, und dann nehmen wir unseren Stoff und ziehen einfach rüber und rüber. Sie sind aus ein bisschen aufs Auge gekommen. So. Okay. Und dann nehmen wir noch einen. Den teile ich mir mal, weil es mir zu viel Verspendung ist. Hier sind unsere Kekse, die wir gemacht haben, unsere Mumie für Halloween, Smarty und Icing, mit denen wir die Poplin gemacht haben, wie vorhin schon erklärt. 13 Stück Hammer, das reicht jetzt nicht für den ganzen Kindergarten, aber nicht so wild. Maja hat sich Spaß gemacht, aber anstrengend. Es ist schon zeitintensiv mit allem drum und dran, aber Maja und ich sind ein gutes Team, Monster Team, Hexen Monster Team. Das Rezept wie gesagt, stelle ich euch als Blog rein und ganz ehrlich, es ist zeitintensiv, aber es ist nicht schwer. Also, tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.